Und nichtsdestotrotz darf ich gleich zum nächsten Stück überleiten. Das nächste Stück wird Choral & Rockout sein. Und wie der Titel des Stücks schon sagt, hat der Komponist Ted Hagans mit Choral & Rockout ein Werk geschaffen, das aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen besteht. Und er hat es eben geschafft, indem er einerseits die klassischen Muster und die einfachen Harmonien des Chorals im zweiten Teil in einen sehr modernen, flotten Rockteil einbaut. Viel Spaß mit dem nächsten Stück Choral & Rockout. Musik 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 Musik